Einmal Hallo an YouTube. Wir machen hier Reaction, Kommentar, was weiß ich, zu Tales of Grace F Remastered Announcement Trailer. First time, dass ich mir das ansehe. Bin gespannt, bin gehypt auf dieses Spiel, wie man vielleicht auch hier hinten sieht. Da, da so, da, da ist es, genau. Hängt nicht ohne Grund da hinten in Großformat. Ist ein geiles Spiel jetzt als Remaster. Bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal, was der Trailer kann und wie es aussieht und was sie zeigen, ob es Verbesserungen gibt oder ob alles gleich bleibt. Remaster muss ja irgendwas passieren, ne? So, Abfahrt. Gibt's Ton? Es gibt Ton. Hoho, es gibt sogar Ton. Na Mensch. Remaster Project. Ich würde dich nicht abhängen, egal was. Von jetzt an, egal was passiert, die drei von uns immer werden, werden wir immer wieder Freunde sein. Wir werden immer wieder Freunde sein. Je schneller wir diese Krieg, je schneller die Frieden werden, wird es in unserer Lande wieder zurückgegeben. Ich werde das alles, was ich kann, um das zu tun zu machen. Als ich nach Hause kam, habe ich versuchte, um zu sein, zu werden. Ich versuchte, dass ich nie wieder nie zufrieden würde, um jemanden zu schützen. Aber jetzt, ich will, um dein Haus zu schützen. Sie ist die Grund, warum ich dich wiedersehen konnte. Die nächste Zeit, dass ich lange besitze, werde ich als Familie kommen. Ich wünsche, dass ich meine magische Power sind. Ich will nicht, dass du diesen gleichen Regretungen vorzunehmen. Die schönen Hauptcharakter. Was haben wir in Destination-Icons? Switch Enemy Encounters, on or off. Original DLC included. Das ist, warum ich plane, die Traitor zu schützen. Richard, warum machst du das? Würdest du dich nicht zufrieden? Würdest du deinen eigenen König? Was du machst, ist falsch. Hör auf! Ich habe zu weit gekommen, um dich in meinen Weg zu lassen. Der Song ist einfach geil. Warte, lass uns helfen. Warte, lass uns helfen. Warte, dass du dich nicht zufrieden hast. Erinnere dich, dass wir zusammen zusammengefunden haben. Erinnere dich, dass er einen Pakt macht, nachdem Richard zurück geht. Ich bin wirklich glücklich, dass beide hier sind. Ein Freund hilft dir, wenn du in Erinnerung bist. So, ich möchte dieses Artwork möchte ich auch gern haben. Was haben wir hier? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was? So, was haben wir hier? Was haben wir hier? World Game, ja, hier Deluxe Edition, Digital, Digital Art, Book und Soundtrack. Change the Battle Music to other Legacy Series, ja, okay, brauche ich nicht. Super Growth Support Herb Set, brauche ich auch nicht. Digital Soundtrack, a total of 112 Tracks. Super Adventuring Assistance Set, Super Adventuring Assistance Set. Ja, kriegst du hier paar Bordels mit dazu, wenn du das vorher bestellst. Mann, 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 so, ja, geil, hat doch schon super viel gezeigt. Wobei das hier, das, das hier, 30. Anniversary, 30-jähriges Bestehen, Remastered Project. Das heißt doch, dass da noch mehr kommt, oder nicht? Also, sie haben ja schon, äh, Tales of Symphonia gab's im Remaster, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt kommt Tales of Graces F, kommt noch dazu. Dann wird doch bestimmt demnächst auch mal Tales of Xylia, wird doch bestimmt auch kommen. Das, glaube ich, auch sehr beliebt. Ein sehr beliebter Teil. Und vielleicht legen sie ja noch mal ein paar der Älteren aus der PS1-Ära. Wenn sie da noch mal ein paar auflegen würden, das wäre auch eine richtig geile Sache. Sowas haben wir. Also, man hat hier so ein bisschen, äh, die Charaktere gesehen, ne? Hier sieht man die drei als Kinder. Das ist so quasi, ja, der Prolog, der gespielt wird, wo sie ihre Freundschaft, ihr Freundschaftsband knüpfen. Also, die ganze Story ist ja auch, handelt sehr viel von Freundschaft untereinander. Aber wenn ich mir das jetzt erst mal so angucke, haben wir hier noch mal so eine Nahaufnahme von der lieben Sophie. Ja, aber ich weiß jetzt nicht. Ich habe das Original schon jetzt länger nicht mehr gespielt auf der PS3. Aber ich bin der Meinung, dass es auch auf der PS3 immer noch sehr gut aussah. Weil es hat halt, ähm, die Grafik ist halt ein bisschen zeitlos. Dadurch, dass es doch eher so animehaft dargestellt wird, macht es jetzt nicht so viel her, finde ich. Also, klar, es wird ein bisschen schärfer alles sein, hochskaliert sein. Aber ich vermute mal, die PS3-Version ist heute noch gut spielbar. Würde ich behaupten. Müsste ich vielleicht mal testen. Ansonsten, ja, man hat auch so schöne Zwischensequenzen im Anime-Style. Die sind auch zeitlos. There are people I want to protect. Das ist ja sein großes Lebensmotto hier vom guten Aspel. Auch ein sehr sympathischer Charakter, wie ich finde, Hauptcharakter, auch wenn er öfters mal naiv ist. Und man bekommt alle einmal vorgestellt, ähm, gut. Gut, Namen sind wie Schall und Rauch bei mir, sage ich immer wieder. Aber Hubert haben wir hier noch. Den, den Bruder von Aspel. Ähm, nach, wie heißt denn hier die kleine verrückte Wissenschaftlerin? Ah, Gott, Namen. Namen, hätte ich mir vorher nochmal angucken sollen. Auf jeden Fall haben wir hier einmal so den Cast vorgestellt bekommen, kurz. Ähm, Synchron natürlich bleibt erhalten. Das war ja auch schon synchronisiert auf PS3. Alles noch die gleichen Stimmen. Warum sollte man da auch was ändern? Und dann haben wir hier, äh, Enhanced Visuals and Gameplay. Na ja, klar. Das ist das, was ich meinte. Das wird halt ein bisschen aufpoliert. Destination-Icons. Also man weiß, Quality-of-Life-Sachen, denke ich mal, werden da noch viel mit reinkommen. So wie hier zum Beispiel, dass man sieht, wo man hinläuft. Dann hatten sie hier Encounter. On or Off kann man switchen. Also heißt, so wie man es hier sieht. Man läuft quasi durch den Gegner durch. Triggert halt kein Kampf. Denke ich mal, auch ein nettes Feature, wenn man schnell von A nach B irgendwie will. Und mal keinen Bock auf Kämpfe hat. Wobei man die Gegner immer recht leicht umlaufen konnte. Auch im Original. Das ist ja der schöne Vorteil, dass es nicht auf Zufallskämpfe basiert. Sondern, dass die Gegner immer sichtbar sind. Und man die größtenteils auch gut umlaufen kann. Also ist das jetzt, sage ich mal, nice to have. Bräuchte man aber nicht. Original DLC included. Das weiß ich gar nicht, ob ich den DLC damals gespielt habe. Aber ich glaube nicht. Also die After Story ja. Aber den DLC kenne ich glaube nicht. Aber es ist doch schön, dass der mit drin ist. Was haben wir hier? Ist noch ein bisschen Story-Gedöns. Also Richard ist ja unser Haupt-Antagonist erst mal. Obwohl wir mit ihm einen freundschaftlichen Band geschlossen haben. Und wir wollen ihn wieder zur Vernunft bringen. Aber Richard hört nicht auf uns. Das ist echt eine gute Story. Und was jetzt das Geile kommt, wenn sie hier in die Kämpfe reingehen. Also gucken wir uns mal ein bisschen in die Kämpfe noch mal rein. Und das ist genau das, was ich liebe. Das ist, was ich an diesem Teil geliebt habe. Dieses Effektfeuerwerk. Ein Effektgewitter, was da abgebrannt wird. Gerade wenn dann die anderen Charaktere auch immer mehr ihre Fähigkeiten bekommen. Dann knallt das einfach nur noch auf den Bildschirm. Und das ist einfach nur geil anzusehen. Ja, hier ist sowas da. Zack, zack, zack. Bumm, bum, bum. Sowas haben wir hier nochmal. Also hier, also wie gesagt, dieses, dieses, äh, äh. So ein Blitzgewitter zum Beispiel. Das ist einfach geil. Sowas habe ich geliebt. An dem Game. Weil sie das so schön pompös inszeniert haben. Dann includes the Afterstory Lineage and Legacies. Das habe ich auf jeden Fall mitgezockt. Ja, das weiß ich noch. Da geht die Story weiter. Fand ich, hat der Schwierigkeitsgrad nochmal knackig angezogen. Aber da war, äh, Bosskämpfe. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Kartoffelbrei. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Dass ich da gut auf den Sack bekommen habe. Haben wir noch irgendwas? Ja, hier, diese Special Attacks. Na. Auch die waren geil. Auf die freue ich mich. Bam, bam, bam. All right, Leute. Let's go home. Let's go home. Ein super Ding. Habe ich Bock drauf. Ich habe Bock drauf, mit dieser Truppe nochmal auf Abenteuer zu gehen. Das Abenteuer nochmal zu erleben. Wobei man es bestimmt auf der PS3, wie gesagt, immer noch gut spielen kann. Aber ich freue mich trotzdem, dass es eben remastert wird. Und es auf andere Plattformen kommt. Auf die modernen Plattformen. Weil es war bisher, glaube ich, immer nur auf der PS3 verfügbar. Und ich weiß gar nicht, auf welcher Konsole das vorher war. Gamecube? War es vom Nintendo Gamecube? I don't know. I don't know. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Aber auf jeden Fall war es dann erstmal nur PS3 exklusiv. Für die restliche Zeit. Und das ist jetzt eben so, äh, ja. Nintendo, jetzt ist er wie gemacht dafür, für die Switch. Dann, äh, jetzt PS4 weiß ich gar nicht. Aber PS5 bestimmt. Steam kommt das mit raus. Das ist doch geil, dass dann noch mehr Leute an diesem Abenteuer teilhaben können. Also ich bin hyped. Ich freue mich da mega drauf. Kann es kaum abwarten. Wann war es soweit? Gucke ich da nochmal rein. Mit diesem schönen Artwork. Das hätte ich gerne. Das Artwork hätte ich gerne. Er ist 17. Januar. Müssen wir uns notieren. Auch Xbox, PS5, PS4, Switch, Steam. Geile Sache. Einfach geil. Ich freue mich drauf. Ich freue mich da wirklich drauf. 17. Januar. Du kannst 2025 doch besser gar nicht starten. Das ist ein geiles Ding. Da freue ich mich wirklich drauf. Da freue ich mich wirklich richtig drauf wie Bolle, ey. Das ist ein geiles Ding. Das ist ein geiles Ding. Das ist ein geiles Ding. ed